Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Star Wars The Force und Licht 2 Folge 7. Kämpfe dich bis zur Arena. Haltet ihn auf, er darf unter kaltes Umständen zu erreichen. Oh, der ist die Läden mit Kundenkant. Oh, der tut nicht. Nein. Halt es ihn auf! Er darf unter krassen Funktionsdämmchen zur Arme! Neuen Aufregen! Feuer! Vielleicht wird der Fall! Weiter fliegen! Ich kann! So! Abknall! Der Weg ist nicht! Wir brauchen hier Hilfe, Soldaten! Dann bin ich gekommen! Ich kann hier bewegen! So! Danke! Danke! Geh! Was ist das? Einen Einheit verlohen! Oh, die nächste war ich heute im Feld. Ich bin im Akte-Klein, wenn ich max. 100 Euro steigere. Es war dumm, mein Angebot abzulehend ist jetzt nicht mehr gedacht. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schickt den Korok! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ja das sagt dass du noch den selben koffer verwendet ich höre euch du kommst gerade recht ich weiß nicht wie lange ich noch keine ahnung aber es ist groß beobachtet für einen blinden und wie kann ich es töten ich weiß nicht ob du das überhaupt kannst Das war's für mich. Ich verfolge den Baron. Er ist zu wichtig, um ihn entkommen zu lassen. Wie soll ich das Ding denn verletzen? Versuch diese Handkesseln aufzuladen. Versetz ihm einen ordentlichen Schock. Einfach gesagt als getan. Ich verfolge den Baron. Er ist zu wichtig, um ihn entkommen zu lassen. Wie soll ich das Ding denn verletzen? Versuch diese Handkesseln aufzuladen. Versetz ihm einen Traum durch den Schock. So, da haben wir schon mal festgekettet. Ziel auf die Kesseln! Ziel sind die Kesseln. Ziel sind die Kesseln der Kesseln. Der Stiles ist ja vor, wenn sie nicht zogen. Ichuche den please! Wiese einen schweren Kesseln. Wiese 2, 2. Ich habe wirklich den Kesseln. Spreng dich durch den Koran aufzuladen. Ich habe das Ding die Kesseln. Das war's für heute. Wartlos. Und wenn ihr dich auf die Kette schiebt, schiebt sie zurück, wenn ihr dich auf die Kette schiebt. Come on, Cedar. Die Hand füffeln! Mach die Kappen! Die sind weg mit deiner andere Hand. Es ist gleich geschafft. Die sind einfach die Kette zurück. Die Kette schiebt. Die Kundin gibt es für ein Wachstum, um die Kette schiebt. Also, das ist ein Wachstum. Schlecht. Die Kette schiebt! Die Kette schiebt! Die Kette schiebt! Das war die Kette schiebt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war's für diese Folge, bis zur nächsten Folge, Tschüss, bis da!